Wir sind gerade auf dem Weg, unser Boot nach Düsseldorf, denn wir machen mit diesem Abaddon Award mit. Wir haben unsere Videos vom Sommer eingereicht und wir wollen mal schauen, ob wir gewonnen haben. Aber vorher wollen wir noch bei den Sponsoren vorbeigucken. Mal gucken, was da so los ist. Vielleicht ein bisschen wakeboarden gehen und mal schauen, wie wir alles treffen später. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.